ich bin über ein gewisses führer find a way to shut it off wenn du mich frei verbreitet kann ich dir zeigen wie du aus dem ship oh verreckt ihr dreckigen baby aliens zumatsch da auch kapitel na was haben wir hier drin ein alien helm untersuchen gesundheit tragen können das ist aber doof dass ich die ganzen coolen sachen hier passieren mit den sachen nicht sehen kann okay unheimliches bild warum hat er was penisförmiges im mund und warum hat er ein kleiner zwischen das nicht cool überhaupt nicht cool nach hier und muss ich lang irgendwie müssen wir den vater von stan befreien dann können wir noch nicht allein zurücklassen und warum werden wir nicht empführt scheiße natürlich was anderes habt ihr nicht haha ich habe einfach nicht gegrillt ähm alien sonder benutzen und teleportieren und dahin teleportieren stirb alien zeig dir was ein mensch drauf hat das ist überhaupt nicht cool mumu dich selber fotze ich bin keine kuh fektor schild ja mumu mumu stirb kann ich in die eier treten ja kann ich sony anders verdienen mongolen bogen um ein scheiß schild zu zerstören ja flüchte pussy alien ich habe eine strahlenwaffe ich kann beim arsch diese tür öffnen unglaublich mein arsch ist zu mächtigen umstande anscheinend war schon öfters hier erkennt sich ziemlich gut aus gröcke der schwäche ist auch nichts cooles so wollen wir in die strahlenkanone die ist auch nicht wirklich besser trifft die ganze rei der feinde perfekt angriff schwächt die schilder um fünf dreimal 35 sind 70 105 kommt das ding nicht ran alien helm das man griffen mehr schaden zu abristen uns erstmal aus und schlafen zu groß wenn schilder zwei treffer zu beginn bleibt erst mal vernünftig ausrüsten hier kann ich kämpfen was wird denn das so das nehmen wir auch mal wieder weg in die banditbemalung mal wollen wir uns mal ein bisschen schicker Brille Brille aus Brille lassen wir auf sonst sehen wir ja nichts mehr gesundheitstrang so aufwertung haben wir noch eine mental fähigkeiten so erhöht den schaden der schwimmenden Bulle gut damit warten wir noch mal bis wir die verteilen erstmal benutzen wir unsere Arsch und oh man dann so so was hat eben für schwule aliens da oben war das gerade ein grüner penis da oben und hierhin doch was seiten hier für es ist echt was ganz besonderes hier will ich hin jetzt mal in die richtung bevor wir uns in den kampf stürzen mal alles blau gemacht verdammt auch falsch und genauso abgefahrene tassen kombinationen hier viel zu simpel und ich krieg es trotzdem nicht hin gut was wird ein ende selber mu 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 leute wieder verloren europa in dieser szene versuchst du das kraftfeld und wenn die zu aktivieren aber stattdessen verursachen die versehentlichen irgendwelche untersuchung kacke ja ja scheiße europa man ist doch zensiert habe ich das gerade mit meinem arsch aktiviert fantastisch so ausgefallen ein mikrochip auch nicht rein ärgerlich Na gut, eine Sonne und weiter geht's. Jetzt hier hin. Da müssen wir rein. Oh, der sieht gefährlich aus. Na, da hin. Ja, teleportier da. Bringt das irgendwas, wenn wir uns hier hinwiesen? Offensichtlich, wenn wir einen Tick weiter drüber gehen, können wir vielleicht auch hoch. Jawoll, optimal. Was ist das hier? Uh, abgefahren. Jetzt kommen wir mal den schwulen Alien-Polizisten mehr und hauen ihn auf den Hintern. Ach ja. Ist schon ein bisschen erschreckend und ich bin gerade irgendwie ein bisschen angepisst. Dass da die Szenen fehlen. Aber damit war ja zu rechnen. Stein, Papier, Nüsse. Mu, 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 mu. Ja, genau. Mu, 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 mu. Uh, ich hab ihn so in die Eier getreten, dass er da unten kotzen muss. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Ja, mu. In dein Gesicht. Mu, 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 mu. Die haben auch eine echt... Dorfmäßige Sprache drauf, die Kumpels hier. So. Nächste Konsole ist freigeschaltet. So much Daug-Apfel. Was haben wir hier noch? Nichts. Day 4. I looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere. For some reason I listened to every minute of every one of them thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless Filler. No Filler, this is trying to be a fanatic. Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Anscheinend... Scheint ihn diese Maßnahmen nicht sonderlich zu beeindrucken oder zu spüren. Oder er genießt es. Schlussendlich einfach nur. Würdet ihr es genießen? Von Aliens entführt? Um von hinten penetriert zu werden? Ja, ja, ich weiß. Nicht so aufpassen. Schießen. Auf dich einmal. Ach, der einen können wir direkt ausschalten. Perfekt. Die anderen haben nur betäubt und andere eine krasse Rüstung. Ah Gott. Auf geht's. In den Kampf. Mumu, Mumu! Zorn mal. Ah, geht aber ab hier. Ich meine... Alien, Wolverine Alien oder was bist du? So. Du, du. In den Sack. Mumu, Mumu, Mumu? Ja. Ich habe die Mumu getreten. Mu... Fuck! Glocken hat mal überhaupt nicht funktioniert. So, erstmal rambollen wir ihn und hoffen, dass wir ihn betäuben. Ja, sieht gut aus. Auf der nächsten Runde. Heiltrang groß. Schön die Butter ins Maul schmieren. Und, komm, Fähigkeiten haben wir keine mehr. Furzen wir auch nicht, weil wir kein Mana haben. Aber wir können ihn die Fresse polieren. Geht mit euch zu gründen, wenn ihr außerirdischen Freaks von einem neunjährigen besiegt. Darum geht Alien Handschuhe. Dann wird sie hier bestimmt wieder Star Trek Freak-Tour freuen. Na, was passiert jetzt? Hey, das war's. Die Fresse fliegt. Komm zurück und wir können hier raus. Auf zu Reni. Dann können wir von ihr verschwinden. Was war das hier? Ach so, da war der Macht drin. Dann müssen wir ihn nicht benutzen können. Alles okay, Reni? Das war hier, oder? Ja. Okay, aber ich will noch nicht nach Hause. Ich will noch ein bisschen umschauen. Aber bevor wir uns weiter umschauen und nach Hause zurückkehren, machen wir kurz mal ein kleines Päuschen. Aber das ist ja alles derud. Hier ist auf Nation der Abziehungen. Die Abziehungen sind immer strafed oder hat sich total eine tiefe ...